Alpha Tether bringt einen brandneuen DJ-Controller auf den Markt und zwar einen Einsteiger-Controller, den DDJ-FLX2. Das ist der kleine Bruder vom FLX10 und vom FLX4 und ideal als Einsteiger-Controller. Was das Gerät kann, welche Funktionen dabei sind, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß! Liebe Freunde, erstmalig bringt Alpha Tether unter dem neuen Firmenbezeichnung Alpha Tether einen Einsteiger-Controller auf den Markt, wo die vorherige Serie noch unter dem Namen Pioneer DJ läuft, unter anderem mit dem FLX4, über den wir auf diesem Kanal auch schon mal berichtet haben, kommt jetzt ein FLX2, ein reiner Einsteiger-Controller unter dem Branding Alpha Tether auf den Markt. Und liebe Freunde, ich bin gerade erst von einem zweitägigen DJ-Workshop, von einem Messe-Event wieder nach Hause gekommen. Ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme, ich bin keine 5 Stunden zu Hause. Da hat mich die Nachricht erreicht, dass Alpha Tether dieses Gerät jetzt auf den Markt wirft. Und ich weiß noch gar nicht, was uns erwartet, außer es handelt sich hier um einen Einsteiger-Controller mit der sogenannten Smart-Fader-Funktion, die auch schon der Pioneer DJ FLX4 dabei hätte. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Gerät jetzt gemeinsam an und ich wechsle mal rüber auf den Monitor. Das ist also der Alpha Tether DDJ FLX2, der günstige Einsteiger-Controller, den es wirklich zu einem relativ günstigen Straßenpreis gibt. Den verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung mit rein. Schaut da gerne mal durch, weil die Preise, die schwanken immer so ein wenig. Also, was kann das gute Gerät? Hierbei handelt es sich um einen kompakten Zwei-Kanal-DJ-Controller mit der Bezeichnung Free Your Inner DJ. Und da gehen wir jetzt mal drüber. Und hier wird schon gesagt, warum überhaupt der DDJ FLX2? Hier wird gesagt, funktioniert mit verschiedenen DJ-Anwendungen, unterstützt Music-Streaming-Dienste, kompatibel mit Smartphone, Tablet, PC oder auch dem Mac. Man kann sich hier Tutorials ansehen. Es gibt eine Mix-Support-Funktion, leichtes, kompaktes Gehäuse mit benutzerfreundlichen Funktionen. Dazu sogar hier ein kleines Video. Und man hat gerade schon gesehen, es sind einige Streaming-Dienste mit dabei, die es vorher anscheinend so gar nicht gaben. Zumindest habe ich gerade auch Apple Music gelesen. Apple Music, Beatport-Streaming. Wir müssen dann nochmal zurückspringen, kann man das hier stoppen? Ach, guck mal, das ist ein YouTube-Video. Da können wir mal mit reingucken. So, Easy-Use-Compact-DJ-Controller mit der Bezeichnung Free-Your-Immer-DJ. Okay, wir schauen mal, was da an Funktionen gleich mit dabei ist. Works with your Laptop. Okay, das ist ganz klar. And Mobile Device. Das heißt, du kannst tatsächlich auch dein Smartphone dran anschließen. Hier ist das noch mit einem Kabel angeschlossen. Aber ich sehe hier schon so ein kleines Symbol, dass es höchstwahrscheinlich auch per Bluetooth machbar ist. Gucken wir mal weiter. So, unterstützt natürlich ganz klassisch Rekordbox, was ja zu Alpha-Teta mit dazugehört. Aber auch Algorithm DJ. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, weswegen Apple Music mit dabei ist. Weil Apple Music ist aktuell nur in Algorithm DJ mit dabei. Und ganz klassisch wird auch Serato DJ Lite, das ist ja die Gratis-Version von Serato, auch mit unterstützt. DJ right away with your favorite Streaming-Services. Okay, und hier sind sie. Hier sind sie mit aufgelistet. Also, pass auf. Apple Music, ja, ist tatsächlich mit dabei. Genau, kann man hier auch mit auswählen. Beatport-Streaming ist mit dabei. BeatSource-Streaming ist mit dabei. Soundcloud Go Plus DJ. Und Tidal ist natürlich dabei. Denkt dran, ganz neu bei Tidal braucht man dieses DJ-Add-On, um überhaupt das als DJ benutzen zu können. Gut, hast natürlich Zugriff auf deine Videos, Local Music, deine Collection, die sowieso auf dem Smartphone mit drauf ist. Ansonsten sind das die Streaming-Dienste, die man sogar schon in der Software mit diesem Controller verwenden kann. Smart CFX. Add Excitement with One Twist. Okay, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Das kenne ich so noch gar nicht. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Bestimmt wird auch gleich die Smart Fader-Funktion erwähnt. Und die kennen wir ja schon. Und zwar vom Pioneer DJ FLX4, wo er das erste Mal mit dabei war. Und hier haben sie es anscheinend auch in den DDJ-FLX2 mit reingenommen. Ah, jetzt hier ist es näher erklärt. Guck dir das mal an. Smart CFX heißt, du hast einen Filter-Echo, einen Space-Down, einen Space-Up, den du auswählen kannst. Und einen dieser Funktionen kannst du dann hier auf diesen sogenannten CFX-Schalter, was bei den größeren DJ-Controllern, der der sogenannte Filter-Schalter ist, wo man auch verschiedene Sachen drauflegen kann, heißt das bei diesem Gerät CFX. Also man merkt schon, dass es ein Gerät, was hauptsächlich mobil optimiert ist, also wirklich für das Auflegen auf dem Smartphone. So, da ist der, der Smart Fader, der auch schon bei dem FLX4 mit dabei war. Mix with ease, sound like a pro. Bedeutet so viel. Und das ist das Geile, hier wird es nochmal gezeigt. Sobald du den Smart Fader aktivierst, kannst du den Cross Fader, der hier unten mit dabei ist, sobald du ihn rüberziehst, blendet er nicht nur, wie es bei Standardmäßig bei einem DJ-Controller ist, von dem einen Deck auf das andere über. Nein, du, hier verändern sich sogar die Tonhöhe und die Geschwindigkeit vom Leap. Also die BPM werden auch mit angepasst und gleichzeitig wird alles Beat in Beat gemixt. Das ist eine Funktion, das machen die DJs ja normalerweise alles selbst. Hier ist das tatsächlich in einem Button mit dem Cross Fader direkt schon mit dabei. Okay. Lightweight and Compact, ja, das kann ich mir vorstellen. Also der DDJ FLX4, das ist ja der Nachfolger vom Pioneer DDJ400, den habe ich tatsächlich hinten am Regal mit drin stehen. Das ist ja schon ein Leichtgewicht. Also wenn du den mit einer Hand, kannst du den hochheben, der hat kein Netzteil mit drin und so weiter. Und der FLX2 ist ja der kleine Bruder. Also ich drücke es jetzt mal so aus, das ist ein Plastikbomber. Das ist wirklich ein Plastikbomber, den du in den Rucksack packen kannst, den du überall hinstellen kannst und jederzeit ganz einfach einen kleinen DJ Mix erstellen kannst, auflegen kannst. Einfach nur mit deinem Smartphone überall, wo du gerade bist. So, easy setup, start mixing in minutes. Genau, hier werden, guck mal, verschiedene Setups zum Beispiel schon gesagt. Hast du es gesehen? Pass auf, ich spule zurück. Da war es gerade, da war es gerade. Es war für eine Sekunde nur eingeblendet. Achtung, guck, siehst du es? Bluetooth. Es ist tatsächlich Bluetooth mit eingebaut, dass du den Controller per Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden kannst. Und hier ist es anscheinend so, ist das eine Powerbank oder ist das eher eine Festplatte? Hier müssen die Powerbanks, aber die Musik ist in der Regel auf dem Smartphone zum Beispiel mit drauf. Also kannst du den Controller auch mit einer Powerbank schon betreiben. Genau, oder halt mit dem Laptop, der mit dabei ist. So, das erste Mal übrigens, das habe ich vorher noch nie, wirklich noch nie bei einem DJ-Controller gesehen, sind, dass der Kopfhörer und der Lautsprecher-Ausgang an der Seite sind. Also an der Seite habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Entweder ist sowas vorne dran oder hinten dran. Ganz klassisch, an der Seite noch nie. Erstmalig, muss ich sagen, mutig, mutig. Da traut sich einer doch ein bisschen was mit Alpha Theta, auch mal ein bisschen was in diesem gewohnten Design-Gefühl zu verändern. Okay, Loop, AdFX, Hot Cue-Funktion sind mit dabei. Gehe ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ja, da ist das Gerät unter dem Alpha Theta-Brand erstmalig mit dabei. So, lass uns da jetzt mal ein bisschen genauer drauf gucken. Das können wir machen, die Produktbilder können wir jetzt tatsächlich nicht größer machen. Aber du siehst es ja selbst. Es ist ganz klassisch aufgebaut wie ein Club-Setup, linkes Deck, rechtes Deck, in der Mitte die Mixer-Einheit. Aber wirklich auf das Minimalistischste reduziert. Also alles, was du, ich sag's mal, als Anfänger brauchst. Da ist jetzt nicht viel Schnickstack mit dabei oder sonstigen Sachen, die man dann als fortgeschrittener oder als professioneller DJ nutzen könnte, sondern wirklich alles, was das Anfänger-DJing ausmacht. Sei es zwei Decks mit einem High-, Mid- und Low-Pass-Filter, um wirklich die Frequenzen gut trennen zu können. Das genauso auf dem rechten Deck. Dann ist diese CFX-Reihe mit dabei, wo man dann entweder am Laptop oder auch am Smartphone auswählt den Effekt, den man direkt hier steuern kann. Es sind zwei Kanal-Fader mit dabei. Der Crossfader, der ja mit der Smart-Fader-Funktion mittlerweile kompatibel ist. Und ansonsten kannst du ein Smart-CFX auch auf den Master legen. Hast du deine Headphone-Tasten hier zum Beispiel mit dabei? Und hast du das linke Deck, ganz klassisches Play und Cue? Und, und Gott sei Dank ist das mit dabei, acht Performance-Pads, die endlich auch wieder voll nutzbar sind, die sogar vorgefertigt sind, egal ob Hot-Cue, Pad FX, die Loop-Funktion, die man hier drüber nutzen kann, oder die Sampler-Funktion. Das sind ja alles Dinge, die sind auf größeren Kontrollern nochmal als einzelne Tasten vorhanden. Hier ist das alles über diese acht Performance-Pads steuerbar. Also acht Performance-Pads links, acht Performance-Pads rechts, damit du es wirklich optimal ausschöpfen kannst. Genauso auch der Pitch-Fader und auch eine Beat-Sym-Taste, die hier auch mit dabei ist. Und zwei, ich sage jetzt mal den Controller, von der Größe angepasste Jock-Wheels. Gucken wir uns das Ganze mal von links von der Seite an. Dann sehen wir, dass hier links ein Lautstärkeregler mit dabei ist. Das heißt, hier werden die sogenannten Lautsprecher angeschlossen. Und da es sich ja hier um einen Einsteiger-Controller handelt, gibt es auch keine sogenannten XLR-Anschlüsse, keine Cinch-Anschlüsse mit dabei. Nein, es ist ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Also egal, ob du da kleinen Studio-Lautsprecher mit anschließen willst, etwas anderes. Du hast diesen kleinen Anschluss mit dabei, den man auch adaptieren kann, damit du andere Dinge anschließen kannst. Direkt daneben ist der Kopfhöreranschluss. Auch hier gibt es einen 3,5 mm Klinken-Kopfhöreranschluss. Und beide Kanäle haben einen Drehregler mit dabei, wo du die Lautstärke auf beiden Kanälen dementsprechend anpassen kannst. Ansonsten befindet sich nur noch an der Oberseite, einen Netzanschluss. Also, dass du entweder einen Laptop anschließen kannst, wo der Strom dann über den Laptop geliefert wird, wo du aber auch ein Smartphone anschließen kannst mit Kabel, wo das Smartphone drüber kommt, oder du schließt eine Powerbank an und dann kommt der Strom über diese Powerbank. Mehr braucht man da tatsächlich nicht. Und an der Unterseite ist gar nichts. Also da, wo normalerweise bei größeren Controllern ja Kopfhörer sind, vielleicht sogar ein Mikrofonregler ist mit dabei bei dem einen oder anderen Hersteller, ist hier tatsächlich gar nichts mit dabei. Und das unterstützt oder untermalt Alpha-Täter natürlich auch, weil die sagen auch, hältst du das DJing für schwierig? Denkst du, dass es schwierig ist, als DJ vor Publikum aufzulegen? Du kannst ganz einfach als DJ loslegen. Alles, was du brauchst, ist ein wenig Equipment und der Wunsch, Musik in vollen Zügen zu genießen. Es ist einfaches, tiefgreifendes und unterhaltsames musikalisches Erlebnis. Und das sieht man auch. Also dieser Controller ist tatsächlich für Einsteiger, für Anfänger, um ein bisschen was zu probieren. Der DDJ-FLX2 bietet alles, was du für deinen Start als DJ brauchst. Und schon kannst du Musik für deine eigene Art genießen. Warum der DDJ-FLX2? Funktioniert mit den verschiedenen DJ-Anwendungen, wie zum Beispiel Rekordbox, DJ Pro, Serato DJ Lite. Also das Schöne ist, Serato DJ Lite ist eine kostenfreie Version. Bei Rekordbox bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es eine kostenfreie Version gibt. Falls du das weißt, schreib es gerne unten in die Kommentare mit rein. Bei Algorithm DJ Pro weiß ich es auch nicht. Also auch falls du es da weißt, schreib es mir unten gerne mit rein. Es wäre ein klassischer Musik-Streaming-Dienst unterstützt, sodass du als Anfänger keine eigene Musik benötigst. Du kannst sie natürlich haben auf deinem Smartphone oder Laptop mit drauf. Aber du kannst auch ganz einfach, je nach DJ-Software, auf Apple Music, Beatport Streaming, Beat Source Streaming, Soundcloud Go, DJ und Tidal mit zurückgreifen. Hier steht übrigens Streaming anstatt Streaming. Sehe ich gerade so. So der kleine Fehler auf der Website. Okay, einfach auf deinem Smartphone, professionell auf deinem PC und Mac. Das ist geil erklärt, weil du kannst mit deinem Lieblingsgerät auflegen, ganz gleich, ob es sich um ein Smartphone, ein Tablet oder auch um ein PC und Mac handelt. Es muss kein neues Gerät, du musst kein neues Gerät fürs DJing kaufen. Das ist sehr cool. Und es ist wirklich gut erklärt, weil auf dem Smartphone bist du mobil, bist unterwegs, kannst immer ein bisschen probieren. Aber wenn du es auf dem PC oder auf dem Mac hast, ist es einfach größer. Es sind mehr Funktionen hinterlegt. Es ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher zu steuern. Aber es ist alles damit möglich. So, Mix-Support-Funktion. Wir haben die Smart CFX dabei. Wir haben jetzt Smart Thader mit dabei. Hot Cues gibt es ganz klassisches auch. Oder die PadFX-Funktionen sind hier mit dabei. Leichtes, kompaktes Gehäuse. Und hier unten drunter, nochmal sehr geil aufgeführt, die mit dem DDJ-FLX2-kompatiblen DJ-Anwendung und Musik-Streaming-Dienste. Also, jetzt sehen wir es ganz genau. Rekordbox hat kein Apple Music mit dabei. Apple Music findest du nur bei DJ Pro, wenn du diese DJ-Software mit dem Controller verwendest. Egal ob Mac, PC oder auch auf iOS oder Android. DJ Pro gibt es ja für jede Plattform. Oder für jedes Gerät, sagen wir es mal so. Beatport-Streaming ist tatsächlich überall vertreten. Beat-Source-Streaming auch überall, nur bei Rekordbox für iOS nicht. Und Soundcloud Go und Soundcloud DJ ist überall vertreten. Tidal ist auch überall vertreten. Denkt nur dran, bei Tidal braucht ihr das sogenannte DJ-Add-on mittlerweile. Und dann könnt ihr selber wählen, wie ihr das Ganze kombiniert. Oder wie du das Ganze kombinierst. Ob mit Smartphone und einem Kabel und einem einfachen Speaker zum Anschließen. Oder ob man es zum Beispiel ändert und sagt, ich nehme den Laptop und nur per USB-Kabel zum Anschließen. Oder man macht eine Powerbank oder ein Stromkabel dran und nutzt das Smartphone als Bluetooth-Quelle. Alles ist damit natürlich möglich. Guck, hier sind noch mal andere Kombis, die mit aufgelistet sind. So, hier haben wir nochmal die technischen Daten. Und da interessiert mich eine Sache. Und zwar, wie hoch ist die Bluetooth-Reichweite? Und da steht hier dabei, maximale Bluetooth-Übertragungsreichweite. Circa 10 Meter unter hindernisfreien Bedingungen. Ja, das ist state of the art. Das ist machbar. Aber wir wissen, Bluetooth ist jetzt nicht so super weit möglich. Nicht super sicher. Also, wenn du ein Gerät hast und den Controller, entferne dich am besten nicht zu weit mit dem Smartphone. Sonst ist die Verbindung weg. 10 Meter, ich glaube, unter wirklich sehr, sehr guten Bedingungen. Okay. Und ich möchte wissen, wie schwer ist das Gerät? 1,2 Kilo? Ja, das ist ziemlich leicht. Das ist wirklich sehr, sehr leicht. Also, wenn du das Gerät auf der Hand hast, das ist wirklich ultra leicht. Genau. Mehr ist es nicht. Hier kann man nochmal in Mehranzeigen reinklicken. Dann kommt man aber nur in die Bedienungsanleitung, sehe ich gerade. Alle anderen Informationen sind hier drauf. Und wenn ihr euch diese Seite und alle Details auch nochmal genauer angucken wollt, ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung mit drin. Ja, und das ist er schon. Der DDJ-FLX2, der brandneue DJ-Controller unter dem Branding Alpha Theta. Ein Controller für den Einstieg, für den Start als DJ, der wirklich für einen sehr günstigen Straßenpreis zu bekommen ist. Den Preis findest du direkt hier unter dem Video verlinkt. Guck da mal drauf, weil der variiert oftmals sehr. Es handelt sich hier um einen Straßenpreis. Ansonsten schreib mir gerne mal deine Meinung, dein Feedback zu diesem DJ-Controller mit runter. Ist das ein Gerät für dich? Greifst du vielleicht eher auf einen anderen Hersteller zurück? Lass mir gerne deine Meinung da. Und ansonsten, wenn du selber noch komplett am Anfang als DJ stehst, verlinke ich dir mal unseren kostenfreien DJ-Einsteiger-Kurs, mit dem du komplett ohne DJ-Controller, nur mit einer Software, die du sogar grasst bekommst, deine erste DJ-Erfahrung machen kannst und deinen ersten DJ-Übergang selber meistern kannst. Den verlinke ich dir mal direkt unten in der Videobeschreibung oder direkt hier oben auf dem i. Da kannst du den einfach kostenfrei freischalten. Ansonsten herzlich willkommen auf dem Kanal hier für DJs. Ein Abo dazulassen lohnt sich, denn es gibt regelmäßig DJ-News, Tipps und Updates, die dir deinen Alltag als DJ erleichtern. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns in der Zukunft. Bis dann, der Maik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020